So, wie ist jetzt noch jemand von euch, der noch zu sagen sagt, warum ihr die Uni funktioniert? Warum ihr eine technische Universität und ein Mammungslöschen sagt, ich kann dir das auf den Mund hören. Da ist doch keiner. 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 Da ist doch keiner von euch raus, ja? Da ist doch keiner von euch raus, ja? Da ist doch keiner von euch raus. Ist das eine Kapitulation?